Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen bei Blaupause TV. Ein neues Gespräch mit Felix Früchtl von der ProLife. Mein Partner, wenn es darum geht, Lebensversicherungen zu kaufen, beziehungsweise euch zu beraten, wie ihr diesen, ich sage es jetzt einfach mit Deutsch, wie ihr diesen Schund wieder loswertet. Schaut es euch mal die restlichen Sendungen an, die wir schon gemacht haben. Da hat sich ja einiges rauskristallisiert, dass die Lebensversicherungen eben überhaupt gar keine wirkliche Alternative sind und schon gar nicht. In irgendeiner Art und Weise für Rendite oder für die Rente etwas aufzubauen, da gibt es deutlich bessere Modelle. Und wir sprechen heute aber über ein ernstes Thema, was uns alle betrifft schlussendlich, nämlich das kommende Vermögensregister der EU. Wenn dich das interessiert, bleib dran und gib der ganzen Sache natürlich einen Daumen hoch, wenn du eine nützliche Information bekommen hast. Alle weiteren führenden Informationen sowie auch Kontakt zum Felix selber findest du unter diesem Video in der Videobeschreibung. Felix, grüße dich. Herzlich willkommen in der Sendung. Ja Patrick, danke für die Einladung und auch für die einleitenden Worte. Du hast ja eigentlich schon alles gesagt. Gut, machen wir Schluss. Passt. Gehen wir einen Kaffee trinken. Nein, Spaß beiseite. Es ist ein schwieriges Thema. Viele haben das überhaupt nicht auf dem Schirm. Die wissen gar nicht, was da beredet wird. Was soll da kommen? Betrifft mich das überhaupt? Wie siehst du die Sache? Du bist ja nun schon deutlich näher an der Materie dran. Beschäftigst dich ja hauptberuflich letzten Endes damit. Wie beurteilst und schätzt du das ein? Also ich bin so, dass ich eigentlich selten beunruhigt bin. Aber dieses Thema des EU-Vermögensregisters, das führt bei mir schon dazu, dass ich ein flaues Gefühl im Magen habe. Weil das so detailliert wirklich vorangetrieben wird, auch mit der Behörde, die da in Frankfurt installiert werden soll, um das ganze Thema im Nachgang dann zu überwachen als Supervisor. Und auch der detaillierte Ausformulierungsgrad, der dahinter liegt, der macht mir schon so ein bisschen Gedanken, weil hier anscheinend wirklich ein Register aufgebaut werden soll, das nachhaltig mit Informationen gefüllt werden soll. Also das ist nichts, was jetzt mal irgendwie, wie, keine Ahnung, irgendwelche Sperenzchen aus der Vergangenheit mal für ein paar Monate oder Jahre irgendwie umgesetzt werden sollen oder irgendwelche anderen Register, die es mal ein paar Monate gab und dann wurden die auch wieder Adapter gelegt. Nee, das ist was Nachhaltiges. Und das Thema ist es halt ganz klar, der Weg zum gläsernen Bürger. Also so muss man das auf jeden Fall betiteln. Es wird natürlich wieder unter dem Deckmantel des Verbraucherschutzes und hier Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und das ganze Zeug. Aber man muss sich ja mal eine Frage stellen. Also man stellt jetzt hier, wie viele Millionen EU-Bürger unter Generalverdacht, dass sie Terrorismusfinanzierung durchführen würden? Hallo? Dass sie Schwarzgeld transferieren würden und das natürlich auch noch auf dem elektronischen Wege. Also wer ist denn so dumm? Aber diese pauschale Unterstellung der gesamten EU-Bürgerschaft, hier was im Schilde zu führen und deswegen den gläsernen Bürger daraus zu bauen, also das ist schon wirklich eine harte Nummer meiner Meinung nach. Und ich finde das auch deswegen so bedenklich, weil halt einfach hier noch nicht so richtig absehbar ist, welche Vermögenswerte, welche privaten Vermögenswerte denn hier überall oder im Generellen gesammelt werden sollen. Also was schon relativ sicher ist, dass Sichteinlagen gesammelt werden. Können wir später gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, warum ich das als besonders gefährlich erachte. Aber wenn wir jetzt noch, da gab es ein interessantes Interview von so einem französischen Vorstand eines Thinktanks, der, dass auch EU-Geld finanziert ist und der hat gesagt, es muss wirklich alles, was jemand in seinem privaten Vermögen hat, entsprechend dargelegt werden und dargestellt werden. Und da hat er aufgezählt, dazu gehören natürlich Autos, das ist auch relativ schnell nachvollziehbar, weil auf jeden ist das zugelassen, das kann man nachvollziehen und dann wird das da mit aufgenommen. Autos, Edelmetalle, Uhren, was habe ich vielleicht noch, ein Porzellanservice, der Oma, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber das wird alles in irgendeiner Form transparent dargestellt und unterm Strich ergibt das dann die Problematik, eine Behörde, eine supranationale Behörde weiß bis ins letzte Detail, was ich habe, welche Ausstattung ich habe, finanziell, welche Ausstattung ich haben könnte, wenn ich gewisse Sachen liquidieren könnte oder müsste und kann natürlich dahingehend mir auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, einen gewissen Hebel und einen gewissen Druck mitgeben, was ich zu tun oder zu lassen habe, weil mir dann vielleicht der ein oder andere Vermögenswert flöten gehen könnte. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich gehe davon aus, dass jeglicher Vermögenswert registriert werden soll und auch wird, das sind eigentlich die klaren Bestrebungen dieses Gesetzes und du hast vollkommen recht, es ist eigentlich eher ein Schritt hin zur Diktatur, es ist ein Schritt hin zur absoluten Überwachung. Darum geht es natürlich. Natürlich gibt es auch in der EU Leute, die mit Schwarzgeld zu tun haben und illegale Dinge machen, aber das ist ja ein Bruchteil dessen, dann aber, wie du schon sagtest, nicht nur unter Generalverdacht zu stellen, sondern eben halt komplett alle zu überwachen. Genau deswegen, das ist ja die fragwürdige Geschichte. Natürlich ist es auch die Vorbereitung vermutlich auch dessen gehend, dass sowieso alles voll digitalisiert werden soll. Also sprich, du hast das Wallet am Handy, deine Geldbörse am Handy und das geht in die Richtung Social Credit System, wie das die Chinesen machen. Du gehst bei Rot über die Ampel, okay, du hast nächsten Monat nur noch 200 Euro zur Verfügung. Ich sage es jetzt einfach mal als Beispiel. Oder du bist regierungskritisch, dann hast du gar kein Konto mehr in dem Fall, aber dann hast du eben halt deutlich weniger Einkommen. Man kann dir dann also auf digitalem Wege deinen Zugang zu dem, was wir Freiheit nennen und es geht normal auch bis zum großen Teil über das Geld, entziehen. Denn der nächste Schritt ist natürlich die Bargeldabschaffung, weil man dann sagt, oh, Bargeld ist ganz schlecht. Und man hätte es ja schon lange gemacht, wenn nicht weit über 70 Prozent der Deutschen gerne bar bezahlen. Da sind wir wirklich ein stoisches Volk. Das sind andere Länder, andere Völker sind da nicht so, die sagen, ja, Kreditkarte kein Problem, ich zahle auch ein Bonbon mit Kreditkarte, ist ja gar kein Thema. Sonst hätte man das schon lange gemacht in Deutschland. Das ist aber eben nicht so einfach. Also wird es über Umwege kommen, dass auch der Deutsche sich daran zu gewöhnen hat, dass es Bargeld nicht mehr gibt. Und wir wissen das, nur Bargeld ist echte Freiheit. Genau das ist der Punkt. Ja, ich sehe das auch immer aus der Sichtweise so des Sparers. Also wie kann ich Geld auf die Seite legen oder wie kann ich vielleicht Vermögen aufbauen? Da bin ich vielleicht natürlich auch ein bisschen geprägt diesbezüglich. Und da denke ich mir dann auch immer, naja, also das wird auch alles viel, viel schwieriger werden, weil ich kann halt nicht einfach mal mir nichts, dir nichts zwischen verschiedenen Assetklassen dann vielleicht wechseln. Und ich habe vielleicht nicht die Möglichkeit zu sagen, boah, also die Lebensversicherung, die macht jetzt nicht die tolle Rendite, die löse ich jetzt mal auf und ich packe das jetzt mal in Edelmetalle oder ich behalte mal irgendwie mit digitalem Euro, kannst du das auch knicken, dass du sagst, boah, 500 Euro jeden Monat hebe ich ab und lege mir das unter das Kopfkissen oder tauscht das in Devisen oder sonst irgendwas, das ist dann alles ad acta gelegt. Und deine Handlungsmöglichkeiten, dir deine persönliche finanzielle Schutzausrüstung oder Ritterburg zu bauen, sage ich jetzt mal so überspitzt gesagt, die wird immer geringer, weil du gar keine Möglichkeiten mehr hast und weil du so eingeengt bist, dass du auf der einen Seite völlig transparent bist und jeder deine Schritte nachvollziehen kann und auf der anderen Seite vielleicht diese Schritte schon gar nicht mehr durchführen kannst, weil du eben diese supranationale Stelle brauchst, um von einer Asset-Klasse in die nächste wechseln zu dürfen, weil das wird der nächste Schritt sein, meiner Meinung nach, dass du dir dann so eine Art Erlaubnis holen musst oder dergleichen. Pass auf, ich würde gern von Anlage gut A in Anlage gut B gehen und dann brauche ich dafür in irgendeiner Form eine Genehmigung oder wie auch immer das ausschauen, keine Ahnung, aber dann mir eine Bestätigung holen von einer externen dritten Stelle, um mein Vermögen in irgendeiner Form umzuschichten. Mein Vermögen, das ist ja immer das, was man nicht vergessen darf. Richtig. Es ist ja nicht das Vermögen jemand anders. Es ist nicht was, was ich mir irgendwo von irgendjemandem nehme, was ich nicht schon versteuert hätte davor. Es ist mein Vermögen. Ich habe dafür Steuern und Abgaben gezahlt, zu Recht auch, alles in Ordnung, aber alles, was danach übrig bleibt, ist mein Vermögen, mit dem ich machen darf, was ich will und auch machen muss, was ich will. Weil, du hast es vorhin gesagt, Patrick, wenn mir die Möglichkeit nicht mehr gegeben wird, mit meinem Vermögen, das nach Steuern und Abgaben mir zur Verfügung steht, dann habe ich ein ganz großes Problem und da sehe ich auch ein ganz großes Problem unserer Freiheit. Das stimmt. Absolut, natürlich. Es geht ja noch weiter letzten Endes. Also all diese Dinge, die Oma zahlt 50 Euro bar an ihren Enkel aus. Der Staat hat ja schon mal die Idee geäußert oder sowas. Ja, aber das ist ja theoretisch Einkommen, was dann der Enkel generiert. Müsste doch eigentlich besteuert werden. Ab neuer gewissen Summe X muss das besteuert werden. Das geht dann eben einfach nicht mehr so. Du musst es dann eben halt digital überweisen und dann weiß der Staat das letzten Endes. Und ich sage es hier mal, weil das viele ja gar nicht, oder andersrum, ich habe immer wieder Mandanten bei mir in der Beratung, die völlig verzweifelt oder den Schuppen von den Augen fällt, die gesagt haben, sie haben riesen Ärger bekommen, weil sie Geld von ihrer Bank abheben wollten. Natürlich, da geht es nicht um 10 Euro. Aber ich kann ja nur jedem mal raten, der das Vermögen hat, versuch doch mal 20.000 Euro, 30.000 Euro, 50.000 Euro von deinem Bankkonto abzuheben. Da ist aber richtig, richtig Alarm in der Bude. So viel zum Thema mein Geld. Das Ganze, das ist ja eh schon vorbei, weil da kriegst du Fragen. Was wollen sie damit machen? Wozu? Was brauchen sie das in Bar? Und dies und jenes. Du bist, du musst dich ja schon komplett ausziehen. Übrigens bei der Gelegenheit für, liebe Leute, wir haben natürlich, es gibt schon Lösungen in der ganzen Sache auch zu entgehen. Und zwar vollkommen legal. Sprechen wir vielleicht am Ende der Sendung drüber. Ansonsten findet ihr die Links unter diesem Video. Im Bundestag wird klar gesprochen darüber, wir müssen den Menschen zwingend den Zugang zu den Edelmetallen verbieten oder zumindest stark einschränken. Und ich rede nicht von dem Limit, was man ja schon hat, dass du anonym bis zur Summe X kaufen darfst. Nein, es geht darum, dass man das komplett verbietet. Weil die genau wissen natürlich, diejenigen, die schlau genug sind, sich aus diesem Fiat-System zu verabschieden und in Edelmetalle zum Beispiel zu gehen, dass die natürlich echte Werte haben und damit weniger manipulierbar sind. Und das will man auch einschränken. Was wir erleben, ist immer Step-by-Step-Salami-Taktik immer mehr die Daumenschrauben anzuziehen, um dir, lieber Freund da draußen oder Freundin, je nachdem, den Zugang zu deinen eigenen Ressourcen immer schwieriger zu machen. Du bist am Ende einfach kontrollierbar. Und darum geht es. Es geht um die Kontrolle. Und da machen wir uns nichts vor. Ganz klar. Und das geht am besten natürlich über Geld. Natürlich. Weil ich kenne genügend Leute, die dieses EU-Vermögensregister und auch den digitalen Euro, der ja mittlerweile auch so sicher wie das Amen in der Kirche ist, wo ich noch weiß, vor Corona war das, 2019, habe ich einen Vortrag in Leipzig gehalten und habe über den digitalen Euro gesprochen. Um Gottes Willen wurde ich da zwar nicht beschimpft, aber ich wurde ausgelacht. Ich wurde als lächerlicher Spinner hingestellt. Und fünf Jahre später wissen wir ganz klar, die Frau von der Leyen sagt, wir arbeiten daran mit dem Big Four zusammen und der wird kommen. Und allein die Tatsache, was in den letzten fünf Jahren passiert ist. Vor fünf Jahren wurde das dementiert. Jetzt ist es Realität. Hallo, ich bin Patrick von BlaupauseTV. Wenn du erfahren möchtest, wie du dein Vermögen in Sicherheit bringst, vor dem Staat schützen kannst, und zwar vor dem staatlichen Zugriff und auch vor der EU schützen kannst, so biete ich dir hier eine einmalige Möglichkeit. Du kannst mit mir einen Termin vereinbaren und du bekommst Insider-Informationen zum länderübergreifenden Vermögensschutz. Es gibt kaum Alternativen da draußen. Edelmetalle sind einer der wenigen Dinge, die man heute noch tun kann, die wirklich echten Wert schützen können und das seit über 5000 Jahren. Wenn du mehr erfahren möchtest, schau mal in dem ersten Link unter diesem Video. Dort findest du den Online-Terminkalender und kannst mit mir eine Stunde lang sprechen. Und ich zeige dir, wie einfach es ist, welche Möglichkeiten es gibt und welche Fakten es gibt, die es notwendig machen, dass du auch dein Vermögen in Sicherheit bringst. Denn es ist fünf vor zwölf, wie man so schön sagt. Schau mal rein und ich freue mich auf deinen Anruf beziehungsweise deine E-Mail in diesem Sinne. Und jetzt geht es weiter mit der Sendung. Und wenn uns jetzt erzählt wird, ja, aber dieser digitale Euro, der wird nur als Parallelwährung gelten. Wenn wir in fünf Jahren zusammensitzen und Leute, die sich heute über mich lustig machen, weil ich nicht glaube, dass der nur als Parallelwährung gelten wird, mit den Leuten würde ich mich gerne in fünf Jahren nochmal austauschen, wie es dann ausschaut, weil diese Halbwertszeiten von solchen Spinner-Aussagen wie von mir sind in der Regel irgendwie wenige Monate oder wenige Jahre dann tatsächlich alt, bis es dann tatsächlich zur Realität wird. Also das nur mal by the way. Aber das Thema über Geld kommt man immer an den größten Pain-Point der Leute ran. Du kommst nämlich so an ihr Leben, an ihre Familie, an ihre Existenz. Und wenn du das im Griff hast, wenn du über das Geld, über das Vermögen die Leute so dermaßen im Griff hast, dann kannst du sie zu Sachen bringen, die sie eigentlich nicht machen wollen und die sie auch nicht gutheißen. Aber wenn du dann halt irgendwie den Leuten sagst, du pass auf, es geht nur noch mit Vermögensregister, es geht nur noch mit Social Credit Points, es geht nur noch mit digitalem Euro, weil sonst kannst du dein Leben nicht mehr so leben, wie du es gern hättest. Ich meine, wir haben das in der Vergangenheit alles schon gesehen. Denn dann machen die Leute das, auch wenn die das nicht für gutheißen. Das muss man auch noch mal dazu sagen. Ich glaube nicht, dass ein Großteil der Bevölkerung das für gutheißt. Ich glaube aber, dass ein Großteil der Bevölkerung das mitmachen wird, leider. Wie viele Leute haben sich irgendwelche experimentellen Sachen gegönnt, sag ich mal, in den letzten Jahren, nur um am Sozialleben teilzunehmen, um in Urlaub zu fahren? Manche waren so besessen, dass sie deswegen auch Bratwurst gemacht haben. Das ist verrückt. Wenn du natürlich jetzt die Daumenschrauben mal nach oben skalierst und sagst, so mein lieber Freund, du kriegst ab sofort gar kein Geld mehr, wenn du nicht Plan A, B, B, C, D und D mit uns zusammen umsetzt, dann schließen wir dich einfach raus aus dem Wirtschaftszeitraum. Es ist ja schon soweit. Es ist ja schon soweit, Patrick. Weil überleg mal, die Banken, die machen den Kreditnehmern so unfassbare Auflagen mittlerweile. Aber die gehen nicht dahin, wie hoch die Eigenkapitalausstattung ist oder wie die Umsätze sich entwickeln, sondern die gehen dahin, wie das ganze ESG-Thema ausstaffiert ist. Also welche Nachhaltigkeitsrichtlinien halte ich ein? Wie ist meine Lieferketten? Wie sind die überwacht? Was für ein Produkt biete ich an? Und so weiter und so fort. Und wenn da die ganzen ESG-Kriterien nicht erfüllt sind, dann geben Banken schon keine Kredite mehr. Das heißt, du bist dann schon aus dem zumindest wirtschaftlichen System raus, wenn du keine Kredite mehr bekommst. Also es fehlt ja jetzt nur noch die private Ebene. Aber die geschäftliche Ebene, die B2B-Ebene, hat das schon lange erreicht. Und das ist auch immer das, worauf ich die Leute mit der Nase stupsen möchte. Ich meine, wir zwei, Patrick, als Unternehmer, wir kriegen das noch eher mit. Aber der, ohne da zu abgehoben zu klingen, aber der normale Arbeitnehmer kriegt das halt noch nicht mit, weil er in diese Situation gar nicht kommt. Aber wie häufig habe ich schon mit Unternehmern gesprochen, die gesagt haben, boah, die Banken, die wollen jetzt hier, dass wir noch irgendwie ein ESG-Report machen, dass wir nochmal nachweisen, wie unser CO2-Fußabdruck ist, wie da unsere Maßnahmen sind, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Und die Banken machen das wiederum, nicht weil es denen Spaß macht, das ist ja auch Bürokratie, sondern weil sie das auch wieder vorgegeben bekommen von irgendwelchen Behörden, die sagen, wir wollen das haben. Also von dem her, wir sind mittendrin in diesem Thema. Ja, wie du schon sagst, so hast du dir den Nagel auf den Kopf getroffen. Über das Geld ist jeder Mensch angreifbar. Jeder. Auch wir zwei. Jeder. Da schließe ich uns nicht aus. Weil es gab ja die, wie heißt es, die Prophezeiung oder sowas, du wirst ohne das Mahl des Tieres nicht mehr einkaufen gehen können. Also irgendeine Registrierung. Damals ist man noch von, in den 90ern ist man noch von der Verschwörungstheorie ausgegangen, dass du ein Tätow irgendwo bekommst. Und das ist dann dein Code, mit dem du dich überall registrierst. Ja, meine Güte, sowas machst du heute über Smartphone und musst natürlich nicht Millionen Menschen tätowieren. Aber das ist ja genau das Gleiche. Du hast den kompletten Zugriff zu den Leuten, wenn, und es gibt, wie gesagt, Auswege, dem werden ja auch einige gehen, wie viele Firmen wandern ab, wie viele Firmen gehen pleite. Ja, die Pleite-Belle geht ja nach wie vor im rasanten Tempo nach oben. Der Abbau des Mittelstandes ist vollumfänglich im Gange. Da ist dann auch keiner mehr, der sich dann dagegen wehrt. Und du, wie du schon sagtest, ohne da jemandem zu nahe zu treten, aber der normale Angestellte hat damit erstmal keinerlei Berührungspunkte. Und man wird das auch den digitalen Euro tatsächlich so einführen und sagen, das ist doch nur eine Ersatzwährung, das ist doch gar nicht so schlimm, ihr könnt alles weiter behalten. Dann kommt irgendeine Krise, herbeifabuliert, herbeigeschrieben, ah, das können wir jetzt leider nicht mehr machen. Auf Bargeld müssen wir jetzt wirklich verzichten, weil und dieses und jenes. Aber wir haben ja Glück, wir haben ja noch den digitalen Euro, Gott sei Dank haben wir den eingeführt. Da können wir ja trotzdem noch alle am Warnsystem teilnehmen. So, und zack, dann hast du die Leute. Und ich sag mal so, es braucht einen 50 Prozent, die sagen, mache ich, bin ich dabei. Genau, das reicht ja. Thema erledigt. Dann hast du auch, da musst du auch gar nichts verbieten oder sonst irgendwas. Du musst einfach nur sagen, mehr als 50 Prozent der Bevölkerung nutzt schon diesen Bezahlungsweg. Das ist mehr als die Hälfte. Und also haben wir die Hälfte hinter uns und dann können wir das umsetzen. So, und das Thema werden wir beide auch nicht aufhalten können. Das ist mir auch immer ganz wichtig, weil ich spreche auch häufig mit Leuten oder auf Vorträgen, die dann sagen, ja, Herr Früchtl, was kann man dagegen machen? Da muss man rebellieren. Sag ich, also ich rebelliere dagegen nicht, weil du kannst dagegen gar nichts machen. Du musst dich vorbereiten. Das ist das, um was es geht, weil wir werden daran überhaupt nichts ändern können. Ganz genau. Und wie es dann wirklich mit dem digitalen Euro oder mit dem Vermögensregister ausschaut, in die Glaskugel kann ich auch nicht schauen. Aber ich muss mich jetzt vorbereiten, muss jetzt die Weichen stellen und mich so gut vorbereiten, wie ich das für möglich halte, um dann eben besser dazustehen wie alle anderen, die sich nicht vorbereitet haben. Das sollte das Ziel sein. Ganz genau. Ich gehe schon davon aus, dass diese Systeme, egal welche jetzt da neu installiert werden, lange Bestand werden sie nicht haben, weil das ganze Ding ist nicht nachhaltig. Und wenn man das jetzt mal aus einer Metaebene betrachtet oder sowas, da schon ja nicht. Wir sind schon in einer Art Übergangsphase. Es ist schon so. Aber es ist wie immer so, das System muss jetzt mit allen Mitteln versuchen, die letzte Kontrolle über uns noch zu erlangen, über bei denen, wo es noch möglich ist. Und so viel wie möglich eben halt genau diese Macht an sich ziehen. Das wird nicht ewig halten. Aber wir werden uns dennoch mit diesem Thema auseinandersetzen müssen. Und natürlich wird es den einen oder anderen auch zerreißen dabei. Das habe ich überhaupt keine Zweifel. Wie war das damals mit dem Euro? Gegen jegliche, gegen jegliche Vernunft. Es haben ja genügend, und da rede ich nicht von Verschwörungstheoretikern, ich rede von Leuten aus Bankgeschäft und sonst irgendwas, die gesagt haben, das wird langfristig Deutschland das Genick brechen. Aus dem einfachen Grund, weil wir können ja nicht unterschiedliche Wirtschaftskreisläufe einfach zusammenführen. Das funktioniert nicht. Da hat der Vorwand gereicht, ja, aber liebe Menschen, ihr müsst dann nicht mehr euer Geld tauschen, wenn ihr in Urlaub fahrt. Das war das Haupt, das glauben wir heute nicht mehr, aber das war das Hauptargument, wo man den Deutschen gekriegt hat und sagt, was, da muss ich in Spanien nicht mehr tauschen. Ja, machen wir. Dann ist ja nicht... Ja, du, es sind doch immer die simplen und emotionalen Themen, die die Leute catchen. Das ist doch immer wieder dasselbe. Natürlich. Und diese Euphorie am Anfang, kann mich daran noch erinnern, da gab es ja diese Packages, die Euro-Packages, die man schon im Vorfeld bekommen konnte. Die Leute sind in die Bank reingestürbt und haben sich diese Packages da geholt. Die ist, glaube ich, aber ganz schnell wieder verflogen, weil die Leute gemerkt haben, da haben wir jetzt eine, ich meine, die D-Mark war auch eine Fiat-Geld-Währung, wie jede Währung mittlerweile auf der Welt, aber sie war hart, weil Geld rausgegeben worden ist von der Bundesbank für gewisse Projekte oder Vorhaben, wo auch wieder ein Gegenwert da ist. Und eine Fiat-Geld-Währung, und da bin ich ganz fester Meinung, eine Fiat-Geld-Währung kann funktionieren über eine gewisse Zeit lang, wenn die Zentralbank nur Geld rausgibt für einen gewissen Gegenwert. Und dann funktioniert das auch, weil ich ja nur Geld im Umlauf habe, wo ein Gegenwert vorhanden ist. Das Problem der Europäischen Zentralbank mindestens seit 2008 ist, dass Geld ausgegeben wird, wo kein Gegenwert mehr ist. Und dann funktioniert die Schose einfach nicht. So, und das ist jetzt das, was uns auf die Füße fällt, weil wir auf der einen Seite das Thema Inflation hatten und immer noch haben und meiner Meinung nach auch noch haben werden. Und weil wir halt gegenüber stärkeren Fiat-Währungen, US-Dollar oder auch den Schweizer Franken, extrem verlieren an Kaufkraft, weil unser Euro da entsprechend einfach nicht die Kaufkraft und auch nicht die Umrechnungswerte dann mehr darstellt, wie wir noch vor ein paar Jahren hatten. Und das hat einfach dazu geführt, dass wir kumulativ in den letzten vier Jahren 30 Prozent unserer Kaufkraft, vor allem im internationalen Vergleich, verloren haben. Ich habe einen Kumpel, der war jetzt vor zwei Wochen in New York und der hat gesagt, es geht nicht mehr. Als Europäer, der sein Geld in Euro verdient, kannst du nicht mehr nach New York fahren. Es ist, zu zweit essen gehen, Pizza, 100 Dollar, immer. So, und ich meine, in der Schweiz dasselbe. Ein, zwei Mal im Jahr bin ich in der Schweiz. Keine Chance, wenn du dein Geld in Euro verdienst, bist du dort ein armer Schlucker. Und liebe Kritiker, falls jemand zugucken will, Inflation entsteht nicht durch Wladimir Putin. Da möchte ich hier mal klipp und klar deutlich sagen, sondern weil die EZB ihre Bilanzsumme kontinuierlich erhöht. Das ist eine simple Berechnung und natürlich wird mehr Geld gedruckt, als es im Umlauf ist. Es ist nicht goldgedeckt. Was sollte denn anderes passieren, als dass das den Wert verliert? Also da hört es auf, als sich solche Märchen zu glauben. Ich meine, wir haben es ja jetzt in Japan, wurde uns ja das auch lang genug erzählt, dass das funktionieren kann und dass die ja über Jahre Geld gedruckt haben und keine Inflation hinkriegen. Naja, das Thema ist das, die Inflation ist das andere. Aber das andere ist die Kaufkraft gegenüber anderen Währungen. Und jetzt gerade schmiert der Yen halt brutal ab, irgendwie 50 Prozent gegenüber Westteller in den letzten Wochen. Ja, da zeigt sich einfach das Ausmaß dann. Und es sind halt immer wieder die gleichen Konstellationen. Du hast eine Geldmenge und hast einen Gegenwert. Und wenn der Gegenwert nicht der Geldmenge entspricht, dann hast du ein Problem. Punkt. Ja. Es ist das gleiche Märchen, was man damals den Deutschen erzählt hatte. Natürlich wird der Euro alles stabilisieren. Nichts, aber auch gar nichts wird teurer. Ich habe die Nachrichten noch im Kopf. Sondersendungen in allen großen Mainstream-Sendern. Natürlich wird das nicht teuer. Was haben wir heute die Vervierfachung einiger Produkte? Und relativ kurz schon danach zeigte sich ja, ach, sind schon einige Produkte einfach verdoppelt worden. Überleg mal, das hat man auch der Teuro. Das war doch gleich von der Bild-Zeitung wieder so eine reißerische Überschrift, aber die wurde schon im Jahr 2003 oder 2004 oder 2005 verwendet. Ganz genau. Also zwei, drei Jahre nach Einführung haben sie geschrieben der Teuro. Naja, also und die Bild-Zeitung ist jetzt wahrlich keine Verschwörungszeitung. Naja, aber letzten Endes ist es genau das, man hat, man zieht den Leuten noch irgendwelche Märchen und das wird dann einfach umgesetzt und dann nach ein paar Jahren ist, dann kommt der Spuk raus letzten Endes, dann ist der Schaden angerichtet. Ja, dann ist es rum. Dann ist es rum. Du kannst halt nichts mehr machen. Das ist wie Juncker gesagt hat oder sowas. Ja, wir ziehen die Daumenschrauben Schritt für Schritt an, wenn es keinen Widerstand gibt, machen wir einfach weiter. Und irgendwann, wie heißt es so schön, wer in der Demokratie pennt oder sowas, wird in der Diktatur aufwachen. Und genau das, genau da laufen wir ja hin. Und deswegen ist es so wichtig eben, dass man dieses Thema, das Thema der finanziellen Freiheit hängt ganz fest auch von unserer politischen Freiheit und auch von Meinungsfreiheit und dergleichen ab. Deswegen bin ich da, ist mir das so wichtig, dass wir hier offenen Auges durch die Welt laufen und auch dieses Thema der finanziellen Freiheit nicht zu gering schätzen. Viele Leute, für viele Leute ist es eine Banalität, über das wir sprechen. Und die sagen, ach, die machen sich da Gedanken über Vermögensregister. Ich habe ja nichts zu verbergen und digital zahlen kann ich doch auch. Das mag alles sein. Auch 99,9 Prozent der Leute in der EU haben nichts zu verbergen. Das ist auch ganz klar. Aber es geht einfach schlichtweg niemandem was an. Sobald ich meine Pflichten für den Staat getan habe und meine Pflicht für meinen Staat ist, ich muss Steuern und Abgaben zahlen. Punkt. Aber sobald ich die getätigt habe, ist das mein Geld, meine Freiheit, kann ich machen, was ich will. Richtig. Es geht verdammt noch mal niemandem was an. Das ist genau der Punkt. Dass man den Leuten das schon eingetrichtert hat, die haben doch nichts zu verbergen. Darum geht es ja gar nicht. Aber das ist ja der Witz. Das sind aber genau diejenigen, die es am härtesten treffen wird. Am Ende irgendwann mal. Weil sie sich auch nicht vorbereiten wollen. Genau. Die schlagen unten irgendwann auf, wann immer der Boden kommt von dem Fass oder was auch immer. Und dann heißt es, da konnte ich nichts dafür. Das habe ich doch nicht erahnt. Wer geht denn von sowas aus? Die wollen doch nur unser Gutes. Die machen doch nichts Böses. Und ich glaube, das ist auch schon geschehen, Patrick. Weil wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut in der Gesellschaft, dass viele Leute, natürlich will man sich das nicht selber zugestehen. Und das ist auch ein gewisser Schutzreflex. Aber viele Leute, die so gesagt haben, ja, ich habe nichts zu verbergen und es ist mir alles wurscht und nach, die sollen alle, ist doch egal, was die machen. Die stehen jetzt auch schon vor der Situation, dass sie sagen, sie stehen deutlich schlechter da wie vor vier oder fünf Jahren. Es ist halt nicht mehr der Audi A4 vor der Tür, sondern nur noch der Audi A3. Also nur noch, in Anführungszeichen, Gottes Willen. Aber weißt du, was ich meine? Dass da einfach auch ein gewisser, ja, ein gewisser Abstieg vorhanden ist. Deswegen, weil man sich einfach nicht darum kümmern möchte. Und dann auf der anderen Seite gibt es Leute, die in den letzten vier Jahren so unfassbar viel Kohle gemacht haben. Nicht deswegen, weil sie besonders spekulativ investiert haben oder weil sie von irgendwelchen dubiosen Sachen profitiert haben. Nein, sondern einfach, weil sie ganz klassisch und konservativ ihre Schäfchen ins Trockene gebracht haben und Strategien entwickelt haben und halt nicht darauf gehofft haben, ich habe ja nichts zu verbergen, selbst wenn sie nichts zu verbergen hatten. Ja, du sprichst es ja an irgendwo, oder sowas, aber sagen wir doch mal ehrlich, für die meisten Deutschen ist doch ein deutsches Fabrikat zu fahren, das ist doch schon ein lang gehegter Traum. Das ist doch das, was die wenigsten sich realisieren. Und ich will das gar nicht gutheißen, die Preispolitik auch bei deutschen Fabrikanten. Klar ist das ja Wahnsinn, das ist ja keine Frage. Aber wie viele steigen eben um auf den Japaner, den Chinesen, die können auch Autos bauen, so ist es nicht. Aber das ist genau der Punkt. Viele skalieren nach unten, nicht nach oben. Und das ist genau der Punkt, wo die meisten es merken, dass du eben nicht mehr die Freiheit hast, wie das vor ein paar Jahren war, Urlaubsreise, 4.000, 6.000 Euro im Jahr, kein Problem, das ersparen wir uns, das geht mühelos. Wer ist denn heute in der Lage, 500 Euro überhaupt zu sparen, damit am Ende des Jahres irgendeine nennenswerte Summe für was auch immer, Reparaturen vom teuren Auto oder eine Kühlschule, das ist doch überall das Gleiche. Ja, und ich habe einen tollen Podcast gehört jetzt erst letztens. Da ging es darum, dass die Normalität Anfang der 90er Jahre die folgende war. Da gab es einen in der Familie, der gearbeitet hat. Das war damals meistens der Mann. Der hat auch nicht im Zweifel irgendwie Großabitur gemacht oder studiert, sondern der hat vielleicht irgendwo, der hat gelernt und hat dann seinen Facharbeiter irgendwo gemacht und hat dort gearbeitet. Und es hat trotzdem gelangt dafür, dass sie irgendwie zwei Autos hatten, dass sie zweimal im Jahr nach Italien konnten und dass sie eine Doppelhaushälfte hatten. Jetzt überleg mal, wo ist denn das heutzutage noch realisierbar in ganz Europa, dass es einen Alleinverdiener gibt, dass ich den Luxus eines Doppelhauses habe, zwei Autos. Also das ist ein Privileg mittlerweile. Das war früher der Durchschnittsbürger. Aber das Problem ist hier an der Stelle, wir sind so dermaßen faul. Das ist unglaublich. Die Leute sagen, oh, jetzt geht es uns halt schlecht. Naja, was soll ich machen? Arsch bewegen, hochkriegen. Ich kenne auch genügend Leute, die aber auch nach oben kommen, aber nur, weil sie Gas geben. Und das geht in Deutschland auch noch. Das geht in ganz Europa. Das geht. Man muss es nur machen. Aber diese blöde Mentalität, die mir so dermaßen auf den Zeiger geht, ach, geht es mir halt schlechter. Hm, naja, was soll ich denn machen? So, ah. Wie viele Opfer dieses Systemes verteidigen dieses System noch? Da kriege ich total den Föhn. Ja, wenn die Menschen, wenn du ihnen ansiehst, ihnen geht es gesundheitlich schlechter, finanziell schlechter, ist es eben, wie du schon sagtest, ne, nach ein paar Jahren, es steht ein anderes Auto vielleicht vor der Tür. Und wir wollen gar nicht materiell hier irgendwo rum, da her tönen. Aber es ist doch so. Und diese Leute sagen immer noch, na wieso, uns geht es doch gut, uns geht es doch gut, es ist doch alles super. Ja, wir müssen den Gürtel ein bisschen enger schnallen. Das erzählen uns doch auch alle möglichen Politiker, die 10.000 Euro im Monat verdienen, fürs Nichtstun. Ja, ne, da kannst du das auch sagen oder so. Was hat man für den meisten? Und die verteidigen das dann auch noch. Da weiß ich nicht oder so. Was fehlt denn mit dir? Oder was stimmt denn nicht mit dir? Aber sei es drum. Jeder darf seine Erfahrungen machen. Genau, genau. Das ist ja auch das Wichtige. Ich meine, dafür stehen ja wir beide auch ein. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, dass jeder denken soll und machen soll, was er will. Das ist, glaube ich, auch das, was uns mittlerweile in der Gesellschaft ganz häufig fehlt. Dieser offene Diskurs und jedem zum Wort kommen zu lassen und auch die Meinung eines jeden zu akzeptieren. Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung mit jedem, den ich spreche, der sagt, nee, ich will nichts mit meinen Finanzen ändern. Nee, ich will in meiner Lebensversicherung bleiben. Nee, ich bleibe im Bauspar. Ich vertraue dem. Das ist okay. Und ich finde das sogar gut, wenn er sich Gedanken darüber gemacht hat und eine Entscheidung gefällt hat. Immerhin. Finde ich das vollkommen legitim, weil er ist 99 Prozent der Bevölkerung einen Schritt voraus, weil er hat sich wenigstens Gedanken gemacht. Genau. Ich sehe ja genauso, es darf jeder wählen, was er möchte. Das ist völlig in Ordnung. Also gerade was das Finanzielle angeht, muss jeder sowieso seine eigenen Entscheidungen treffen. Aber ich rate natürlich, wie du schon sagtest, auch dazu mal nach links und mal nach rechts zu gucken über den Tellerrand hinaus, welche Optionen und Möglichkeiten es ja grundsätzlich gibt. Und auch ich sehe das so, gerade in der heutigen Zeit, für diejenigen, die wirklich, wie du schon sagtest, Gas geben, die an ihren Zielen, die überhaupt Ziele haben und daran festhalten und auch mal ein bisschen mehr als das Notwendige tun, haben Chancen. Chancen bedeuten übrigens nicht, dass es klappt, dass es funktioniert, keiner garantiert dir das. Bedeutet nicht, dass es klappt, aber du musst es, wenn du es nicht tust, wenn du nicht anfängst, es umzusetzen, egal was es ist in deinem Leben, was du erreichen möchtest, dann wirst du es niemals erreichen. Nie. Das ist ausgeschlossen. Wenn du keinen Meter vorwärts gehst, kannst du keinen Meter vorwärts kommen. Das schiebt keiner dahin. Das wird nicht passieren. Aber diejenigen, und das ist die Erfahrung, die ich in den letzten Jahren auch gemacht habe, die die Zeichen erkannt haben, die losgelegt haben, Resilienz waren, nicht bei dem ersten Widerstand oder wo es schwierig wurde, sofort aufgegeben haben, haben sich entweder was dazu verdient oder sich etwas aufgebaut, was nachhaltig ist, was irgendwie funktioniert, wo man sein Leben bestreiten kann, so gut es eben geht, wie man es selber möchte. Unabhängig eben, was da draußen für einen Wahnsinn tobt. Und es geht. Sucht euch einen Trainer, einen Coach oder sonst irgendjemanden, fragt Menschen, die es gemacht haben, wie habt ihr es getan? Und da kann man sich viel abgucken oder sowas. Ich habe es kein Deut anders gemacht. Als mich damit zu beschäftigen, was machen denn die Menschen, die erfolgreich sind? Was ist deren Ziel? Wie sind die charakterlich drauf? Wie gehen die mit Niederlagen um? Und was machen die ganz genau? Und das habe ich mir abgeschaut und versucht nach und nach Stück für Stück umzusetzen. Ja? Das ist möglich. Lasst euch niemals einreden, dass es nicht geht. Schon gar nicht von denjenigen, die es nicht machen. Das ist ja häufig so. Du hast eine gute Idee, willst du es machen, erzählst es deiner Familie. Ja, das funktioniert nicht. Erzählst es deinen Freunden. Ach, dann vergiss es damit doch nicht. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Dann kriegst du dann zu hören. Nein, bleib nicht bei deinen Leisten. Wenn du da ausbrechen willst, wenn du aus deinen Schuhen rauswachsen willst, dann tue es. Genauso. Meine Güte. Ja, ich meine, wir beschäftigen uns ja nicht nur mit Finanzgeschichten, sondern da ist das Thema auch Aufbau und Coaching und Leute motivieren oder auch ein Stück weit vielleicht zu zeigen. Ich versuche das ja mit Blaupause eigentlich. So mache ich das. Wer das gut findet, okay, vielleicht ist ja der ein oder andere Tipp ja für dich dabei, wo du sagst, oh, den nehme ich mit. Und wenn nicht, ist das auch okay. Das ist kein Problem. Da gibt es tausende andere Kanäle, die das auch machen. Such dir den raus, wo du sagst, das gefällt mir und da nehme ich was mit. Ja, klar. Definitiv. Ein Thema haben wir ja noch in unserer Sendung. Also Vermögensschutz haben wir abgeklärt. Übrigens, wie gesagt, machen wir gleich eine Lösung ist zum Beispiel natürlich, liebe Freunde, habt doch einfach mal euer Vermögen nicht mehr in der EU. Habt doch vielleicht das Vermögen, was ihr noch habt, möglicherweise nicht in Fiat-Geld. Die Lösung ist so denkbar, einfach und das ist das, was ich seit Jahren den Menschen auch sage, legt es in Gold an, legt es in Silber an, in Teilen natürlich zu Hause, immer physisch, niemals irgendwelche Anleihen in Gold oder sonst irgendwas. Wer kein Geld hat, aber eine Lebensversicherung, bitte an den Felix wenden oder sowas. Der kümmert sich da drum, dass ihr die Kohle aus dem Vertrag rausgebt, natürlich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Aber das ist bei den meisten ja möglich. Dann habt ihr die Möglichkeit, erstens habt ihr einen freien Betrag im Monat, den ihr dann zusätzlich in Edelmetalle sparen könnt und die Summe X, die da rauskommt, kann man Edelmetalle anlegen. Die übrigens, by the way, in den letzten drei Monaten irgendwas bei 12% Wertentwicklung hatten und der Trend im Gold geht weiter nach oben. Ich habe natürlich keine Glaskugel, ich weiß nicht, wann es endet. Ist auch keine Empfehlung jetzt hier auf Rendite. Aber habt doch mal dein Geld oder dein Vermögen einfach nicht mehr in der EU. Dann bist du schon mal einen Riesenschritt weiter, weil dann interessiert dich ein EU-weites Vermögensregister nur noch bedingt. Zumindest mal, was die Hauptwerte vielleicht angeht. So, das ist eine Lösung. Geht ja, kann man ja machen. Man muss sich aber dann mal bei mir melden, alle weiteren Informationen unter diesem Video und wie gesagt, auch der Kontakt zum Felix. So, haben wir das auch erklärt. Es ist so, weißt du, ich will mich da auch nicht drüber aufregen, weil ich halte es eigentlich ähnlich wie du. Die Leute sollen ja machen, was sie wollen. Aber es ist ja so einfach und ich habe immer wieder mit Menschen, die das zu tun, die sagen, bist du sicher, dass das kommen wird? Ja, geht es doch nicht um Glauben. Da steht es, das ist doch der Paragraf. Von der Leyen redet seit Monaten darüber. Im EU-Parlament werden ständig Sitzungen darüber abgehalten. Wann führen wir es denn ein? Die Paragrafen und Gesetze sind doch fertig. Die müssen doch noch auf den Knopf drücken und dann sagen die, go, ab morgen gilt es und wenn du bis morgen nicht reagiert hast, Peche habt. Jetzt ist die Zeit zum Handeln. Wer es tut, schön, freuen wir uns drüber und du wirst dich auch freuen darüber, wenn du hier handelt hast und wer nicht handelt, okay. Ich muss auch dazu sagen, ich persönlich glaube zum Beispiel, dass wir gar nicht diesen Tag X haben, an dem irgendjemand auf den Knopf drückt und dann wird es ganz anders sein, sondern das ist so dieses wie der Frosch, der im Kochtopf hockt, dann wird er auf die heiße Herdplatte gehockt und dann wird es immer wärmer und der merkt gar nicht, dass er verkocht wird, weil ich habe jetzt gerade eben heute mit unserer Auszubildenden ein total tolles Gespräch gehabt, weil da war eine Dame, die hat ihre Versicherungspolizei dann an uns verkauft und die war total aufgebracht, weil sie gesagt hat, da sind nur 26.000 Euro drin und da wurden mir 1989, wurden mir da mal irgendwie 60.000 Mark versprochen und 60.000 Mark waren 1989 richtig viel Geld, da hätte ich eine Wohnung kaufen können. Ja. Und mit 26.000 Euro, die sie jetzt rausbekommt, kann sie damit fast gar nichts mehr machen und wir haben dann uns mal den Spaß gemacht, haben geguckt, gut, was konnte ich mir denn für 60.000 Mark 1989 für ein Auto kaufen. So, da konntest du dir richtige Kaliber kaufen, also da war 5er BMW und ihr auch irgendwie Einstiegs 911er oder so, das war alles erreichbar. Und jetzt mit 29.000 Euro kriegst du so ein VW Polo oder sowas und da sieht man ja auch mal, wie das System, dieses Fiat Geldsystem, dir deine Kaufkraft über die gewisse Zeit einfach immer raubt, immer. Und das ist kein, das war früher genauso, das ist nicht so, dass es jetzt erst in den letzten Jahren so schlimm geworden ist, nee, das war früher schon genauso. Du hast mit Fiat Geld, mit Sparen im Geldversprechen noch nie Vermögen aufgebaut. Du hast immer nur dafür gesorgt, dass du selbst weiterarbeiten musst und weiterarbeiten musst, damit du halt Nachschub bekommst und die Leute haben sich gefreut, dass die Rückkostwerte höher wurden. Ja klar, wenn ich mehr einzahle, wird es natürlich mehr, aber nachgerechnet, ob das wirklich Rendite macht, hat ja kein Mensch. Und das ist, wir haben es letztes Mal schon gesagt, Patrick, ich habe ja den Appell gestartet, dass sich Leute bei mir melden sollen, die Leute kennen, die mit Lebens- oder Rentenversicherung oder Baustoffverträgen reich geworden sind. Bis dato hat sich noch niemand bei mir gemeldet. Deswegen jetzt nochmal den Appell, wenn jemand jemanden kennt, bitte bei mir melden. Ich kenne niemanden, aber ich kenne unfassbar viele Leute, die mit Immobilien, Edelmetallen, mit Aktien, mit Unternehmertum sehr, sehr wohlhabend geworden sind, ohne in irgendeiner Form jetzt die brutale Ausbildung zu haben oder sich stundenlang damit immer zu beschäftigen, sondern einfach mit einer konservativen Strategie, wobei nicht mal konservativ, sondern einfach mit einer klaren, strukturierten Strategie. So, Punkt. Ganz genau. Es ist ja möglich. Selbst aus kleinen Dingen kann man ja mehr machen oder sowas. Und wir vergessen Zinseffekte und so weiter und so fort. Das vergessen viele, weil sie das eigentlich nicht verstehen, wie schnell sich das addieren kann oder wie schnell das hochgeht, auch bei Kleinstbeträgen. Ich hatte auch mal Kunden oder sowas, ja, hier 100 Euro im Monat oder sowas, Edelmetall, aber das lohnt sich doch gar nicht. Ich sage, wenn du es nicht tust, wird aus den 100 Euro jeden Monat weniger. Jeden Monat. So, den Verlust hast du definitiv. Es wird es sich also schon lohnen, alleine diesen Verlust nicht mehr zu haben. Da rede ich aber auch gar nicht von der Wertentwicklung, die noch kommen könnte oder schon da ist. Die alle Leute, die letztes Jahr bei uns oder bei dir was gemacht haben, respektive auch bei mir, da kam schon die ein oder andere E-Mail, mit dem ich erreicht habe oder sowas. Ist die Wertentwicklung wirklich so gut? Ich sage, ja, na sicher. Gold ist enorm gestiegen, natürlich. Der Trend, wie gesagt, läuft ja weiter fort. Und das ist dieses Mangeldenken von den Leuten, ach, das lohnt sich doch nicht. Es lohnt sich immer, sein Zeug, egal was du in deinem Leben aufgebaut hast, nicht das Klo runterzuspülen. Darum geht es doch. Aber wie gesagt, am Ende sehe ich das auch so wie du. Es muss jeder für sich am Ende da eine Lösung finden und ob er es nun tut oder nicht, es liegt ja nicht in unseren Händen. Wir können nur sagen, okay, es gibt Lösungen, es gibt Auswege. Bitte, ja, überleg dir, was du machst. Das ist ja letzten Endes jedem seine eigene Verantwortung und das ist auch so. Aber der Appell ist richtig. Du könntest wahrscheinlich auch 10.000 Euro Preisgeld ausschreiben oder sowas, wenn du einen findest. Du wirst nie in die Verlegenheit kommen müssen, das zahlen zu müssen, weil es gibt einfach niemanden. Gibt es nicht. Das stimmt. Nicht mal die, die bei der, lass mir eins sagen, nicht mal die, die bei der Versicherung arbeiten. Ich kenne, ich habe ja früher selber Bank und Versicherung, da war ich ja selber drin. Oder sowas. Und nicht mal die Leute, die 10 Verträge haben. Oder, oder, oder. Lebensversicherungsverträge rede ich jetzt. Die sich das auch finanziell hätten erlauben konnten. Nicht mal die sind damit reiche worden. Nicht mal die. Nicht mal die, die innerhalb des Systems sind. Nein, die haben ja dann einfach nur 10 Mal eher ihr Vermögen vernichtet. Genau. Ganz genau. Das ist ja ganz negativ. Ganz genau. Das ist schlecht. Ja, und das ist das, was der Kerl da glauben will. Aber ich erinnere noch mal an einer der ersten Sendungen, die wir gemacht haben. Wir haben sie, glaube ich, auch so genannt. Minus 1,9 Prozent durchschnittliche Rendite bei Lebensversicherungen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ein sehr gutes Geschäft, nur nicht für dich. Genau. Oh je. Kommt, wir machen das zweite Thema auch noch rauf heute. Ja, das war ja das Thema hier, Kickbacks bei Vorpolicen. Vielleicht, dass wir das ganz kurz nochmal anschneiden. Auch ein ziemlicher Aufreger gewesen. Die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, hat jetzt mehrere Versicherungsgesellschaften unter die Lupe genommen, weil es ein Riesenproblem gibt, auf das wir auch schon häufig aufmerksam gemacht haben. Bei vorgebundenen Policen, also die auf Fondsbasis basieren, vorgebundenen Lebens- oder Rentenversicherungen, ist es ja so, dass häufig der Kunde selbst die Fonds nicht auswählen kann. Und selbst wenn er es auswählen kann, vielleicht nur in beschränktem Maße. Oder man vorgefertigte Buckets bekommt. So, in diesem Portfolio investierst du jetzt, wenn du diese Versicherung XY abschließt. Das ist grundsätzlich mal besser wie eine kapitalbildende Lebensversicherung. Aber, jetzt ist da dieser moralische Konflikt, die Lebensversicherung gibt mir gewisse Fonds mit, die ich in meinem Portfolio im Rahmen der Lebensversicherung dann habe. Die Fondsgesellschaft gibt dafür der Lebensversicherung Provisionen, im Fachjargon Kickbacks genannt. So, und jetzt kommt der Hammer. Diese Kickbacks, die die Fondsgesellschaften den Lebensversicherungen geben, dafür, dass die die Fonds auswählen, werden dem Kunden im Rahmen der Fondskosten belastet. Das heißt, der Kunde wird doppelt geschröpft. Der hat einmal die Kosten der Versicherung, des Versicherungsmantels, und auf der anderen Seite auch noch die Fondskosten, die dann entsprechend die Provisionen beinhalten, die die Fondsgesellschaft an die Lebensversicherung zahlt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das ging so weit, dass sogar die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die ja sehr versicherungsnah ist, dass die gesagt hat, hey, Jungs, das geht so weit, das geht nicht. Und jetzt auch die ersten Versicherungsgesellschaften, namentlich die Generali, für gewisse Policen da diese Kickbacks zurückzahlen muss. Das Interessante daran ist, dass die Hybris der Branche dadurch bekannt wird, dass einfach danach gesagt worden ist, naja, es gibt ja kein Urteil, das ist ja so ein Graubereich, wir werden einfach mal so weitermachen. Anstatt zu sagen, hey, moralisch ist, also moralisch, rechtlich mag das alles einwandfrei sein. Es gab ja auch keine Verurteilung oder sowas, auch wichtig zu sagen. Rechtlich einwandfrei, aber moralisch mehr als fragwürdig. Wenn ich sowas mache und dann auf der anderen Seite meinen Kunden verklickern will, dass sie bei mir in besten Händen sind, das passt irgendwie nicht. Ja, ich weiß jetzt die Gesellschaft nicht und der Einwerbespruch ist besser wie der andere oder sowas, aber leben sie, wir kümmern uns um die Details. Ja, genau, so wird das dann gemacht. Die Frage ist ja, wie lange musst denn du eigentlich einsparen in deinen Lebensversicherungsvertrag, bis die Kosten, von Kosten, du hast den Versicherungsmantel, das versicherte Risiko bezahlt ist, bevor du dann, sage ich mal, sagen kannst, okay, jetzt spare ich tatsächlich in dem Vertrag und jetzt käme theoretisch eine Verzinsung dazu, wenn denn die Finanzmärkte einigermaßen mitspielen. Da hast du aber ordentlich zu tun. Da hast du ordentlich zu tun und man muss sich immer, wenn man spart, davon trennen, dass man den Nominalwert auf dem Schirm hat. Ja. Weil der Nominalwert, es kann durchaus sein, das ist eine Lebensversicherung, ich habe 10.000 Euro eingezahlt, kriege nach 30 Jahren 15.000 Euro zurück und sage, das ist ja eine geile Sache, ich habe ja hier über 30 Jahren 50 Prozent gemacht. Ja, aber 15.000 Euro nominell sagen überhaupt nichts darüber aus, was das Kaufkraft bereinigt für einen Betrag ist, was ich mir mit dem Betrag heute noch leisten kann, im Verhältnis dazu, was ich mir mit den Beträgen, die ich davor eingezahlt habe, in dem jeweiligen Zeitpunkt hätte leisten können. Und das ist halt immer so diese Thematik und das verstehen die Leute einfach nicht, das versteht der Mensch grundsätzlich nicht und das ist auch für mich immer wieder, obwohl ich aus dem Metier komme, immer wieder schwierig, mir das wirklich einzuverleiben, zu sagen, hey, Nominalwert rennen von dem wirklichen kaufkraftbereinigten Wert. Ich habe diese Gespräche häufig bei Mandanten, um die Häuser geht, weil man fragt natürlich, was ist das Hauswert, das und das und das. Ich sage, das ist das, was auf dem Papier steht. Wert ist es aber nur das, was heute einer bereit ist, dir dafür zu geben. Das ist nicht der Wert, der auf dem Papier steht. Und für diejenigen, die so ein bisschen aus unserer Generation noch kommen, auch vom Alter her, ey, wir wissen es doch alle, wir konnten früher problemlos an einem Abend mit 20 Mark, das ist dieser grüne Zettel hier gewesen, konntest du problemlos einen Abend auskommen. Da hast du Eintritt für irgendwas bezahlt, da hast du auch deine Getränke bezahlt, hast du sicherlich noch auch das eine oder andere Mädel mal eingeladen auf dem Getränk. Und dann ist es auch gut gewesen, das ging mit 20 Euro, vielleicht manchmal auch mit 40 Mark, aber wie weit kommst du denn heute, wenn du mit 20 Euro Freitagabend irgendwo in die Innenstadt marschierst oder sowas, wie lange, wie weit kommst du denn da? Wenn du Pech hast, sind sie schon beim Tag, beim Parkticket weg. und daran sehen wir doch mal, was Kaufkraftverlust bedeutet und jeder, jeder, der selber einkaufen geht, der weiß doch heute, was für 100 Euro im Warenkorb liegt und was noch vor ein paar Jahren für 100 Euro im Warenkorb lag oder sowas, oder sowas. Man könnte den, weil manche Supermärkte waren clever, das ist auch wirklich passiert, die haben die Einkaufswegen kleiner gemacht. Echt, ja? Habe ich die gut bekommen. Die haben die Einkaufswegen einfach kleiner gemacht. Na klar, da bin ich auch drauf reingefallen. Sieht es voller aus, sieht es voller aus oder sowas. Und das ist es, wir erleben doch den, es ist einfach dieser, genau das ist Kaufkraftverlust. Genau das ist es. Immer mehr und immer mehr. Und irgendwann musst du, keine Ahnung, was da dann noch, also musst du noch Geld irgendwo mitbringen, extra nochmal, damit du überhaupt da reinkommst. Das musst du wahrscheinlich auch einen Schritt bezahlen. Also Freunde, worauf wollen wir hier hinaus? Also Handeln, die Zeichen sind auch da, das ist hier wirklich nach, auf der einen Seite wirklich nach Betrug stinkt, das kann man ja anders sagen. Hier gibt es die Willfährigkeit, wie die EZB hier mit ihrer Bilanzsumme angeht, ist ganz, ganz klar getrennt von jeglicher Realität und Realwirtschaft und das schon sehr, sehr lange. Das sind die Ergebnisse letztens, die wir heute erleben. Und wer da keinen Bock drauf hat, der kann, wie gesagt, der sollte mal anfangen zu überlegen, welche Alternativen habe ich denn noch? Und die gibt es, die gibt es. Mal einen Vortrag auch von Felix besuchen, wie gesagt, da macht er auch immer mal wieder ein paar Sachen. Wir werden sicherlich auch mal wieder was online machen. Wir werden mal wieder so einen Abend, schreibt es mal ruhig in die Kommentare, liebe Freunde, sollen wir mal wieder so einen Abend machen, dann machen wir so einen Infoabend, mal wieder generell Entstehung, Geldgeschichte, was gibt es so für Möglichkeiten, wie sieht die Lage wirklich aus? Da kann man ja mal mit Zahlen, Daten und Fakten arbeiten und Charts zeigen. Schreibt es mal ruhig in die Kommentare, dann machen wir das vielleicht einfach mal wieder. Felix, hast du noch was? Musst du noch was loswerden? Gibt es noch eine besondere Aktion oder bist du demnächst irgendwo, wo man dich erleben kann vielleicht sogar? Ich war jetzt erst auf zwei Messen in den Börsentagen in Köln und dann bei Marc Friedrich auf seinem Event in Metzingen letzte Woche, aber ich müsste jetzt nachdenken, aber ich muss tatsächlich passen. Also ich wüsste, ich bin dann mal wieder in Düsseldorf auf den Börsentagen, aber man kann einfach mal auf unseren Social Media Kanälen von der ProLive geben, ja gucken, wir haben immer wieder mal Auftritte, digital natürlich häufiger wie physisch, aber auch physisch sind wir immer mal wieder irgendwo vertreten und dann würde es mich freuen, wenn ich den einen oder anderen auch mal persönlich kennenlernen und da auch mal in die Interaktionen gehen darf. Ich bin immer sehr gespannt und ich freue mich über Leute, die Fragen stellen, also wenn das mein Schlusswort sein darf, Fragen stellen, also Fragen stellen unter das Video, Fragen stellen bei uns, beim Patrick, die Leute fragen, wenn euch was interessiert, also ich mache es nicht anders, wenn ich für irgendwas begeistert bin, dann die Information brauche, ja dann frage ich den doch, weil ich weiß, okay, da ist ein Experte für irgendwas oder jemand, der kennt sich damit aus, der hat irgendwas gemacht, dann frage ich den, hey, wie geht das? Und je erfolgreicher die Leute sind, umso offener sind sie, mir zu sagen, ohne dass ich irgendwas zahlen muss, wie das geht, mir Tipps zu geben und sich mit mir zu unterhalten und deswegen, mein Appell heute zum Schluss zu unserem sehr, sehr spannenden Gespräch, danke dafür Patrick, Fragen stellen. Ja, damit beginnt alles, mit der richtigen Frage beginnt auch ein ganz anderer Weg, in jegliche Richtung deines Lebens, egal was du ändern willst oder sowas, es beginnt immer mit der richtigen Frage und da ist man schon mal gut bedient, wenn man schon mal eine gute, richtige Frage hat, genau. Felix, habe Dank für deine Zeit, viel Erfolg natürlich auch weiterhin oder sowas, ich sehe auch, euer Social Media wächst und gedeiht, ist auch gut so, dass sich immer mehr Leute eben Gedanken machen über ihre eigenen finanzielle Situation und da auch die Eigenverantwortung übernehmen, es wird allerhöchste Zeit und wir sehen uns sicherlich dann in den nächsten Wochen definitiv wieder und wir haben ja auch auf jeden Fall mal ein Treffen geplant, wenn du bei mir in der Nähe bist, dann vielleicht machen wir da auch mal ein kurzes Video dazu und die Leute auf den laufenden Zeit. Danke dir also für deine Zeit und lass es dir gut gehen. Danke, bis bald, mach's gut, ciao. Und ihr, liebe Zuschauer, alles Gute, triff gute Entscheidungen, wie gesagt, damit beginnt, sagen wir mal, ein ganz anderer Weg im Leben. Wenn dir das gefallen hat, lass bitte einen Daumen da, wenn du das erste Mal dabei bist, ruhig auch ein Abo dalassen für jede Menge weitere Infos und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche dir trotzdem eine schöne Zeit wie immer und lass dir gut gehen. Bis bald, ciao.